Ja, ich nehme auf, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin euer TheMinecrafter und heute wollten wir mal auf EMB Network spielen. Geh schon mal drauf und keine Wund-, nicht wundern, wenn meine Schlimme etwas nach der Aufzeichnung kommt, weil ich habe gestern probiert ein Video aufzunehmen, das war bei mir am Montag, das Video kommt ja am Mittwoch, die ist hier, habe ich versucht, aber da hat man Aufnahmekraum und ich mir keinen Bock mehr gehabt, dann habe ich mir ein neues geholt müssen und das geht jetzt einigermaßen. Wenn ich es schaffe, verlinke ich sogar unten in der Videobeschreibung, wenn nicht, ist auch egal. Ich sehe einfach nichts, so ja, das ist hier der EMB Network Server, hier gibt es so einiges, spielen jetzt nicht mehr so viele Leute drum, davor waren es extrem viele, aber jetzt hat niemand mehr Bock auf den Server, aber weil es jetzt hat Multilabs gibt und ja, hier gibt es den Discord Server, ihr könnt gerne mal drauf joinen, hier kommt nochmal die Videobeschreibung, alles klar, hier kann man in die zweite Lobby gehen, ich habe Bock drauf, bin zu doof, das hier sind so Glücksdrunnen, da gibt es so EMB VoteK, das sind so Prismarienkristalle, die kriegst du immer hier Votet, hier kann man sich, und okay, ich bin jetzt gesagt nicht so oft, aber egal, was ist drin, kann man nicht öffnen, dann schade, und ich gehe jetzt in kein einziges Minispiel, weil es sind Server nur so leicht vor, man hat ja auch eine Elytra, aber kein Ding, glaube ich, ganz tief, ja, ich muss es ganz jetzt schnell machen, weil, ich muss jetzt gleich noch weg, Spiel auf EMB Gesamt, ja, seht ihr wieviel Spiele da gerade sind, was ist das, äh, Topwater, okay, seht ihr Topwater, kommt alles noch in die Videobeschreibung, morgen 12 Uhr, ähm, ich bin schon vermorgen, hier könnt ihr euch jetzt sehen, okay, das genaue Richtung, um den Befehl auszufüllen, geil, im Regeln, Hall of Fame, Transformers, okay, ich will Hall of Fame, okay, da will niemand rein, ähm, da waren wir schon, hier waren wir auch schon, ach ja, ich wollte euch die, Dinger zeigen, ähm, hier geht's Varo, müsst ihr euch extra verifizieren, der Hang-Germ-Server ist immer offline, der ist halt auch, der ist online, äh, GTA, Blockhunt, Create-Land, Survival-Lands, 1VS1 PvP, Team Wars, das ist, äh, Sky Wars, nur im Team, glaub ich, ich hab's noch ehrlich gesagt noch nie gezeigt, ähm, Sky Wars, dann Sky Wars nochmal, Sky Wars nochmal, und Parkour, und das ist der Serverpartner, wir haben sie aber nicht auf dem Server, bringen nie die Updates eigentlich, was extrem schlecht ist, aber wir gehen jetzt erstmal hier rüber, irgende, wo waren noch diese Updates, hier sind ja auch was der, ich will nichts mehr sehen, aktuelles News, ähm, ist jetzt wieder online, wie einfach die Lory gar nicht mehr, ja, man sieht einfach hier nicht, dass sich hier was geändert hat, das war die Kamera, ja, ich pack die IP einfach mal unten in der Videobeschreibung, wenn es euch gefallen hat, wir lassen mal einen Daumen nach oben hören, ja, und tschau.